Willkommen aus der Volksrepublik China. Es kamen Tränen aus Ihren Augen bei der Siegerehrerin Yangbo. Die 16-Jährige aus Xi'an wurde von den Zuschauern gefeiert wie die Weltmeisterin. Sie waren ja bei dieser Entscheidung am Spielball. Da war jetzt Ihre Bodenübung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber alleine, dass sie dreimal hier im Finale war, das war für sie doch schon ein toller Erfolg. Die Tempobahn mit dem Schraubensalto zum Abschluss. Platz sechs zuvor am Balken für Yang Bo. Und die Weltmeisterin Frithalt schon mal Autogramme. Diese Unterschrift ist ja seit Stuttgart um einiges wertvoller geworden. Steht natürlich hier im Mittelpunkt das Mädchen aus Minsk. Yang Bo 9,775, ein gerechtes Resultat, Platz vier. Applaus Applaus Applaus